Und da sind wir auch wieder. Hallo, hallo, hallo. Hey. Wir sitzen hier an dieser Stelle. Hallo. 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 Genau, jetzt können wir weiter. Hier geht es überall Monster Party heute. Monster Party, dingelingeling. Da kommt schon wieder, ja. Monster Party, dingelingeling. Mit was lockt man noch vier an? Das ist immer noch nicht. Weizen oder das wird der Baume genommen. Nein, wir reißen. Okay. Oh. Alter, was ist denn los? Da ist es, oh, rechts ist noch eine Spinne. Rechts? Nach hinterher. Rechts, da wo der Daumen links ist. Was eigentlich da eine dumme Sprung ist, weil ich weiß, wo rechts und links ist, da wo der Daumen links ist. Kuiper! 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 Kuiper, schlag ihn in die Lava. Ja. Ja, ha, 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 ha. Vertiefund noch etwas wirkt, so. Kuiper! Wär uns so. Kuiper. Was haben wir gerade? Worte von der Tape. Da hinten schon wieder so. Ob ihr es mit dir? Ja. Wo steht,いう? Ja. Boi, ha, 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 ha. Weizen, hier, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. er hat sich sogar dreimal geschlagen dreimal hoch und auch bei uns ich hab Schüttel ich hab Schüttel ja ich muss sagen die Leute noch immer groß sagt der Richtige warum wir nur noch ein bisschen dann sieht man das Nr fragen wir gab es jetzt um um übernehmen was sie müssen anstrengend wir brauchen wir gut ab erhältlich aber auch die sehr schöner Platz die Höhle ist ja winzig Ja, da hättest du mal mit uns gekommen sollen. Erster Teil, die Pechströme und jetzt sitzen wir in einem riesen Viech fest. Ich hole uns jetzt drei Türen. Könnt ihr euch um das Weizen damit die Bumse Bumse machen? Weil ich hab gerade nur ein Weizen. Nein! 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 Nein, Ruko! Geil! Wieso ich jetzt zuhause komme? Weiß ich doch nicht. Nein, Ruko darf nicht ausnehmen. Wir müssen die Aufnahme stoppen, ne? Die Regel gibt es doch gar nicht. Ich bin schon nix rausgenommen. Du hast das immer noch nicht gerafft. Da müssen wir uns andere Strafen für überlegen. Auch für die anderen letzten Todesstrafen. Auch die letzten Todesstrafen. bei der Strafe schläft richtig durch. Ich kann nur noch sagen. Wie soll ich das zuhause kommen? Ja. Weißt du, wo wir... Versuche irgendwie an die Oberfläche zu kommen. Aber vorsichtig. Da sind nicht schifffrig noch Sachen von mir liegen geblieben. Nein, die sind alle in der Lava. Schade. Wie viel Eisen hast du? 5. Nein, dein Ernst? Das hat die richtige Logik drin. Ja, ich hatte den alles dabei. Ich hatte alles dabei. Ich hatte 2 Stacks fast Eisen. 8 Diamanten hatte ich. Oh, Junge. Ja, ich habe mich nicht. Los, kaputt. Die Diamanten sind ja auch weg. Der finde ich der Einzel ist, der noch nicht gestorben ist. Der Ränder. Der Ränder. Der Ränder. Der Meister im Wegrennen, ne? Ja, deswegen. Der Ränder nur weg. Ja, ja, ja. Ja, Romin, also entweder du kommst nach Rauk, so jetzt. Oder du stirbst einfach auf. Oder du stirbst einfach auf. Ja, klar, die ganzen Sachen. Ich versuche mir jetzt zu. Einmal noch um zu graben an die Oberfläche. Das bin ich auch wieder ab. Ja, das bin ich, das sind alle nicht. Scheiße. Das ist schade, dass man jetzt meine Perspektive gesehen hat. Ja. Willkost, der Knoll, vielleicht kannst du dir ein Kisten was erkennen, die ich hab da was gemacht. Du hast die Treppe ja noch nicht ganz viel repariert. Der Merkling. So würde ich fühlen. Vielleicht fällt dir was auch in den Kisten. Die sind so... Du hast Kampson geklappt. Ja. Wo hab ich das hingetan? Was ist das? Was ist das? Kampson? Oh, du hast angefangen uns das Lager so zu zitieren. Wenn nur die Koppel, weil ich euch auch was geschenkt hab. Was denn? Ach, die Melonenkerne und dann... Steht extra eine Truhe. Man kann gar nicht mehr sehen, der sieht nicht dazu. Komische Truhen, die mitten im Weg sind, die sind nervig. Ich hab auch nichts zu fressen. Ich sehe aber... Ja. Ähm... Oh, wir haben zwei Kühe. Fuck yeah. Warte, du füllst mal hier mal deinen Weizen, oder? Ähm... Hast du irgendwo Wassermöglichkeit? Äh... Ja, in meiner Farm. Oder hast du zum Beispiel... Wo ist deine Farm? Komm mal her, wo ist deine Farm? Ich hab immer nur ein Klatschen, die Moral. Ich hab... 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 Die sind immer noch ungebraten, die die da gefunden. Kann dir auch noch sieben gebraten anziehen. Hey du Löwe. Ich hab immer Fleisch auf dem Boden los. Vor seinem Farm. Okay, durch. Hier unten. Aber komm ich denn endlich hier raus, alter. Nie mehr. Haha. Du hast ja alles voll gelegt. Ja, ne? Ach so. Wollst du nicht... Ey, siehst so. Ich brauche noch ein bisschen Platz, mehr nicht. Ich brauche noch ein bisschen Platz, mehr nicht. Boah, jetzt über Knochenmehl. Okay, keine Scheiße. Das war's. Das war's. Dann fass ich mal auf. Schade. Ja, dadurch, dass du jetzt Max immer öfterere Klicks brauchst. Ja, richtig scheiße. Richtig. 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 Das ist ein Müll und Kerner eigentlich. Ich hab mich auch mal gefunden mit einer Mieger in so einem Miezenwaggon. Ach so. Ja. Aber nur da nur bei drin oder so. Na gut. Aber dann hast du die vermehrt und so. Ja. Und jetzt, wie guck dir das an. Ja. Ich bin gerade kaputt. Oh. Ja. Ja. Jetzt haben wir das Problem. Wir könnten jetzt wieder schlafen. Wir sind glaub ich fast alle da. Oder sag ich, wo bist du eigentlich? will Prozent in meiner kleinen Minihöle was ist das für die Stolz Prozent für die Aufplaten die ich komme ganz normal aus und es ist dunkelgrad Tatsache bist du oberhalb ja ich komme gerade an so witzig war nicht ihr ey ihr schläft und ich dafür kurz ja ja Sascha bist du auch im Bett ja ja ich bin gleich da ja ich sehe dich gerade hochkommt Gute Nacht ich lege mich da schon mal hin ich schläft jetzt ne ja mach das mal ich muss nur kurz warten weil ich weiß nicht wie weit das ist da ist scheinbar ja er bei mir leckt oh Junge Robin möchte nach Hause jetzt kann es werden weißt du wo du rausgekommen bist er sagte die Ecke was und da noch nicht das ist vielleicht die Ecke mit dem Baum oder so muss man gucken ob hier auch kein Monster ist da ist nix wo habe ich Glück gehabt ey okay ich muss jetzt bisschen gucken wo bin ich hier da ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin da zwei ich bin das soll wir kommen ich sehe dich ich sehe dich Leute da es ist ein super er ich bin wir es ist bis zu hin den Fall und da hätten es da kommen ganz weit weg nach Prozent richtig weit super richtig 2.5 in dieser Folge nicht nur nach Hause schafft mehr das war ein solcher auch ich glaube tatsächlich was sagt denn die Zeit RG nicht ja da stehen er war eigentlich müsstest du ja rausgehen, du darfst ja eigentlich nicht mehr nein die Regel ist schon lange raus wer sagt das? wurde das mit mir abgesprochen ich bin auch König sie wurde schon mit allen angesprochen weil das in sich nämlich nicht lohnt du bist ja nie online weil der einzigste der eben ich bin nie online hallo der ist jeden Tag online wenn wir aufnehmen ja dann hörst du ihn also ich höre so da sind wir hier wenn ich krank bin dann bin ich immer an natürlich außerdem ich kämpfe meistens bis 3 in der Schule ich bin mal die Knochen guck mal dann kommt der Typ mach dir erstmal alles kaputt hier achst du nicht getan an da oben dauerhaft ey 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 lass mich aus dem Spiel es gibt noch ein Ding nach er wird eine Knochen die Spieler schnitt sie wie gut und jetzt sind er auf dem ja das sind die Städte Zauber das sind die Alta aus der Städte auch die hat die Lager gerade der Wettbewerb wieder aufgelöst ich bin kommen noch ein die Berliner er will ich habe es geschafft mit so vielen so wenig Sachen sechs bis zum Nieder zählen das will ich auch im Warnleben die machen die der Sprengen er wird er immer ist hohes Nürnberg und bei ihm gewohnt ich brauche jetzt erst mal auf 1 ich weiß es in den Ofen er ist schmaps in den ich hab's in den Ofen geschmissen wo das sind wir haben noch gehen gleiche gerade vorne mal aufgebaut und es ist jetzt schlimm das ist sowas von schlimm es gibt gar nicht mehr Koppel Silber hat unser Koppelstorn schon mal da bin ich euer Lager ich hab gerade Koppel hier in die Kiste getan ja da ist noch mehr also Silber hat da noch nicht alles da bin ich euer Lagersystem Mann 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 so viel Scheiß habt ihr jetzt noch nicht oder? ne so ist es noch nicht noch ist es noch nicht so schlimm wie soll ich den Esel heißen? ich hab da noch keinen namens-take für gefunden die hat noch aber die will nicht nur meinen Esel haben ja und daher wird das Esel erstmal wird mein Esel umbenannt hat noch keinen Namen ich muss gerne mal Esel auf dem Esel auf dem Esel ein paar Schilderkraften ich hab da mal ein bisschen hier ja das dachte ich auch so dass das auch mal etwas in der Haus zu tun für dich gibt ja ich hab den Putzdienst nicht du ich muss hier die ganze Bude putzen ja sind auf der Zeit und ich hab die Bude gebaut weißt doch ich bin gelernte Mauer weißt du doch wir haben eine Eile wir haben einen Einbrecher das ist unser Lager so die Tiere ja ne ah, ich muss putzen Mirko, wie viele Striche habe ich gemacht bei Koppel? kannst du mal kurz nachzählen? 4,5 4,5 was macht denn der Rapper so? Robin Robin ja? dir auch alles aus? auch mit Decke die Decke auch bis vorne und der vordere Raum wo unsere Bette und so sind auch ich muss nur mal eben gucken ob ich das Holz noch habe hat bestimmt äh Silbe Schimm mit rüber genommen habe ich das Gefühl ich bin einfach nur noch hier kurz runter ja, schieb's einfach recht hab ich Leute, jetzt hat aber ich sehnte hast du irgendwie Häuser bei Silbe von uns? der hat doch immer Holz von uns geklaut ja, er hat immer er ist halt ein Dieb mein Bett schwebt äh hat Summelholz ja genau, das brauche ich das brauche ich das ist das, was ich gerade suche ja hab ich nicht Harry, ich hatte doch irgendwo noch 21 oder so war's roh Summelholz hab ich nicht ja, wir haben ja eine direkte Verbindung nach unten das alter schickte oh das geht gar nicht schon sehr viel ja, wir haben ja so einen komischen Berg schick wenn man so rieger auf die Kommission ne ist auch kein Wunder vorsichtig Robin, das ist gefährlich kümmert mich nicht um nicht ich baue hier einen neuen Fußbrunen rein das Problem ist, wir haben keinen Holzsaft mehr ich habe nur noch den Rest anscheinend hinter dir woher hast du das denn? war mal ein Inventar das kannst du mal sehen klaut da jemand einfach mal das Holz ich hatte da so ein Inventar ich hab mich doch was gefraftet ach, halt doch die Klappe irgendwo kann ja sein man die Klappe und die Klappe ja 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 Was ist das denn gar nichts für im Haus? Was soll ich dazu sagen, wenn es genau wird und wenn es immer schmutzig ist? Und ich kann mal... Ja, es ist deine Aufklärung. Irgendeiner muss ja jetzt aber... Nein, es ist wie vor, als wir angefangen haben, ist es jetzt ziemlich groß geworden. Jetzt haben wir auch mehr Platz. Ja, klar. Hier kann man ein Zimmer machen, da kann man ein Zimmer machen. Und die Zimmer... Ich nehme hier gleich das erste hier. Ja, also einzelne Räume. Ja, es gibt so eine bestimmte Größe. Du siehst ja, dass ich da immer Eichenholz, dann kommen vier Kabel nebeneinander und dann wieder Eichenholz. Und das soll zweimal passieren. Also so ne... Sein Zimmer wird nachher soo lang... breit sein. Und das in beiden Richtungen. Du kannst ja hier vielleicht schon mal hier ausbauen. Ja, ich hab kein Holz mehr. Ja, ich auch nicht. Ich weiß, wo der Dschungel ist. Also... Oder wir haben doch auch irgendwo, meiner Meinung nach... die Sätze... Ja, gut, das sind die einzigen. Ich geh jetzt einfach hier mal vorne hin. Kannst du groß machen? Ne, leider mal nicht. Oh. Dafür ist ein zu wenig. Also drei kleine einfach mal. Und noch mehr hab ich leider auch nicht. Ja. Du lässt du mir da... Auch die Erde. Fehler, ganz ordet. Ja, ich glaub in meiner Kultur habe ich auch noch... Ist halt vorsichtiges Ich hier. Ja... Ja, ich hab noch Dritte mal. Ja, okay. Wer heute durch... Ich glaub, das reicht aber auch nur für einen Baum, was ich hab. Ja, komm. Du hast... in deiner... deiner Kiste ist keinen mehr. Aber in meinem Inventar sind 6. Kannst du mal nachher vorbeibringen? Da... machen wir richtig... Wo bist du denn gerade? Ich komme gerade hochgedackelt. Boom. Jetzt hier hast du 18 Knochenmehl. Doch, das reicht. Das ist arg. Es wird schon wieder dunkel dadurch, dass wir sowieso gerade alle zuhause sind. Die Zeit ist auch schon wieder um. Ja gut, dann jumpen wir mal kurz ins Bett und dann machen wir den Cut. Na gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Man sieht sich, Leute. Gleich, Leute. Bis gleich. Ciao, ciao.